Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du deine Dusche abdichten und somit natürlich auch das Badezimmer mit so einer Flüssigfolie und einem Dichtband richtig wasserdicht machen kannst. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. In meinem Fall habe ich eine Wand aus Gipskartonplatten erstellt, noch eine kleine Ecke mit angebracht und natürlich auch dementsprechend einen Wasseranschluss. Und das Ganze habe ich in einem extra Video auch schon richtig grundiert, da sonst der Untergrund einfach sehr stark saugend ist. Und jetzt geht es darum, dass wir mal unsere Oberfläche hier richtig für eine Dusche versiegeln, da solche normalen Fliesen und natürlich auch der Fugenmörtel bzw. Silikon nicht zu 100% abdichten. Und das Problem einfach sein kann, dass ohne diese Abdichtung darunter meine Wand über die Jahre einfach durch das Wasser kaputt gehen können. Auch unterhalb unserer Duschwanne muss auf jeden Fall eine Abdichtung hin, weswegen ich mal mit so einem speziellen Eckteil beginne. Das hat nämlich den Vorteil, dass wir danach mit unserem Dichtband, was von hier oben zum Beispiel runterkommt, das Ganze etwas überlappen lassen können und somit das Wasser natürlich auch dementsprechend nicht irgendwie in einen Spalt dahinter gelangen kann. Und zuerst einmal geht es darum, dass wir jetzt eine kleine Schicht von unserer Flüssigfolie auf jeden Fall hier unten in die Ecke aufbringen. Das geht am besten mit so einer kurzen Rolle, mit einer normalen Farbrolle oder auch mit so einer Zahnkelle. In meinem Fall ist das jetzt eine 3 mm Zahnkelle. Die erste Schicht von meiner Flüssigfolie dient also wie ein Kleber, weswegen ich jetzt auch schon mal dementsprechend mein Eckteil hier in die Ecke etwas hineingeben kann und danach am besten nochmal mit so einer Kelle hier etwas glatt abziehen. Danach geht es nämlich darum, dass wir noch einmal etwas Flüssigfolie hier drüber geben und natürlich wieder eine dünne Schicht hier oben auf jeden Fall drüber geben. Das erste Formteil passt auf jeden Fall. Das Ganze sitzt schön bündig an der Wand und es sind auch keine Falten irgendwie vorhanden. Nicht, dass diese später beim Fliesenlegen stören. Und als nächstes können wir jetzt auch schon mit unserer Innenecke hier dementsprechend weitermachen. Deswegen auch hier wieder unsere Flüssigfolie erstmal auf beiden Seiten auftragen. Als nächstes das Dichtband in die Ecke hineingeben und wie gesagt am besten einmal darauf achten, dass wir es unten auf jeden Fall 5 cm auf unser Eckteil überlappen lassen. Und wenn das Ganze in unserer Ecke anliegt, können wir es auch schon wieder glatt ausstreichen, dass wir natürlich, wie gesagt, keine Falten darunter haben. Auch das schaut gut aus und ich gehe danach, wie gesagt, immer noch gerne einmal mit etwas Flüssigfolie glatt darüber, dass mein Band auch etwas darunter verschwindet. Natürlich können wir das auch machen, wenn wir unsere ganze Fläche danach dementsprechend noch weiter abdichten. Unsere Ecken passen also soweit und jetzt müssen wir natürlich auch noch solche Wasseranschlüsse dementsprechend richtig zur Wand hinten hin abdichten. Hierfür gibt es solche speziellen Dichtmanschetten, die sollten von der Größe her in etwa auch zu unserem Anschluss passen und das Ganze wird dementsprechend einfach darüber gestülpt. Deswegen erstmal wieder außenrum unsere Flüssigfolie als Kleber anbringen. Die Manschette also wie erwähnt über unseren Baustopfen drüber geben, das Ganze an unsere Wand schon mal etwas drücken, denn nun ist wichtig, dass unsere Abdichtung auf jeden Fall mit dem Wasseranschluss hier hinten stattfindet. Nicht, dass unsere Manschette am Baustopfen anliegt und später, wenn wir den Baustopfen dann entfernen, unsere Abdichtung natürlich auch nicht mehr vorhanden ist. Falls es hier Probleme geben sollte, entweder beim entsprechenden Fachmann mal nachfragen oder in meinem extra Video nachschauen, wie man eine Hahnverlängerung richtig anbringen kann. Im nächsten Schritt die Flüssigfolie wieder etwas ausstreichen, dass natürlich auch der Anschluss besser an unserer Wand dran ist. Und wir können wieder eine dünne Schicht Flüssigfolie über unseren Anschluss drüber geben, dass der natürlich auch schon dementsprechend verschwindet. Die Feinarbeit ist also getan und jetzt geht es darum, dass wir natürlich auch noch unsere große Fläche mit Flüssigfolie bedecken. Ich verwende hier in meinem Fall jetzt eine Farbbrille und wichtig ist hier aber eigentlich nur, dass wir auf jeden Fall nicht zu dünn auftragen sollten. Die erste Schicht passt auf jeden Fall und jetzt geht es darum, dass wir das Ganze mal nach Herstellerangaben trocknen lassen. Normalerweise sagt man hier so circa sechs Stunden und dann kommt nochmal eine zweite Schicht darüber. Hier gibt es übrigens auch Produkte, die Flüssigfolie zum Beispiel jetzt noch einmal einfärben, denn dann kann man wirklich auf gar keinen Fall irgendeine Stelle vergessen. Ich würde das Ganze auf jeden Fall empfehlen. In meinem Fall benutze ich es jetzt für das Video nicht und deswegen kann ich mal die zweite Schicht auch noch dementsprechend auftragen. Der obere Duschbereich ist somit auch schon richtig abgedichtet und genauso gehen wir natürlich auch noch auf unserem Fußboden vor. Wichtig hierbei ist, dass man auf jeden Fall eine Schichtdicke von mindestens 0,5 Millimeter erreichen sollte. Hier im Bild können wir übrigens noch toll erkennen, dass wir auch an der Wand mindestens 5 Zentimeter hoch abdichten müssen und bei einer Dusche bzw. Badewanne bis mindestens 20 Zentimeter über die Wasserentnahme. Von der Badewanne weg gibt es übrigens keine Richtlinie und das muss man am besten einfach mal vor Ort entscheiden. Wenn du dir für zu Hause jetzt so eine Farbrolle, eine Flüssigfolie, verschiedenes Dichtband oder natürlich auch so eine spezielle Zahnkelle zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.